Hallo, ich bin die Anna Cordairo. Ich bin 18 Jahre alt und mache zurzeit meine Ausbildung zur Krankenpflegerin. Ja, mir macht der Beruf bisher ganz viel Spaß und ich hoffe, ich kann das auch weiterhin viele Jahre machen. Hallo, ich bin der Tariq. Ich bin 19 Jahre alt und mache gerade auch meine Ausbildung zum Krankenpfleger. Ich würde sagen, folge deinem Herzen, wenn du darüber nachgedacht hast und gerne Kontakt mit Menschen hast, dann mache es ruhig, weil der Beruf ist für mich sehr erfüllend und ich denke, das ist für die meisten auch so und ist auch sehr abwechslungsreich. Ich kann nur Tariq recht geben, macht es. Wir brauchen auf jeden Fall immer mehr Leute und wir sind immer froh, wenn immer neue dazu kommen.